Was ist das Studium für Energie und Umwelttechnik? Vor allem wegen dem Studiengang Energie und Umwelttechnik, weil es den hier nicht so häufig gibt. Ich finde das neue Gebäude sehr schön, es ist sehr offen. Der Studiengang ist relativ klein, das heißt man hat kleine Lerngruppen und es ist sehr familiär hier am Campus Bottrop. Vielleicht entsteht diese folie mitAS, also den SchIf-Diggen-Gesetz erklären. von digitisch befrihrten könnten! Komж estánspring, viele J Dr. Lars Oke,